Propaganda auf allen wichtigen russischsprachigen Kanälen lässt Millionen Menschen immerhin glauben, in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, herrschen blutrünstige Faschisten, die ein Genozid an Russischstämmigen in der Ostukraine planen. Wir und viele Medien sind Hinweisen nachgegangen, ob das stimmt, und haben festgestellt, es gibt diese Faschisten nicht. Zu den mächtigen Köpfen in Kiew gehört neben Ministerpräsident Yatsenyuk und Vitali Klitschko auch Ole Tjanibuk. Seine Svoboda-Partei, auf Deutsch Freiheitspartei, stellt drei Minister und hat zweifelhafte Vorbilder. Es gab Zeiten, wo man uns Ukraine als Schmarotzer beschimpft hat. Heute sind wir die Erben von Stepan Bandera. Stepan Bandera, der Held der Svoboda-Partei, ein Nazi-Kollaborateur. Im Zweiten Weltkrieg verbündete er sich mit dem NS-Regime, kämpfte gegen die Russen und war an der Verfolgung der Juden beteiligt. Heldenverehrung eines Faschisten, auch auf dem Maidan. Drei Finger auf blauem Grund, Erkennungszeichen der Svoboda-Anhänger. Bandera, komme zurück und sorge für Ordnung, Ukraine über alles. Auch in Deutschland sind Svoboda-Funktionäre gern gesehene Gäste bei der NPD. Sächsische Abgeordnete posieren mit ihren ukrainischen Kameraden. Die rechte Gesinnung des Parteichefs schon lange unmissverständlich. Schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäule, die Deutschen, die Judenschweine und anderes Ungeziefer. Kämpft für unsere ukrainische Heimat. Jetzt steht dieser Mann mit an den Schalthebeln der Mächtigen in Kiew, den Verbündeten der westlichen Welt. Wir und viele Medien sind Hinweisen nachgegangen, ob das stimmt, und haben festgestellt, es gibt diese Faschisten nicht. Dann wurde eine neue Regierung gebildet. Sofort anerkannt von Präsident Obama, auch von der EU, auch von der Bundesregierung. Frau Merkel, der Vizepremierminister, der Verteidigungsminister, der Landwirtschaftsminister, der Umweltminister, der Generalstaatsanwalt, das sind Faschisten. Es gibt diese Faschisten nicht. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates war Gründungsmitglied der faschistischen Svoboda-Partei. Faschisten haben wichtige Posten und dominieren zum Beispiel den Sicherheitssektor. Und noch nie sind Faschisten freiwillig aus der Macht wieder ausgetreten, wenn sie einmal einen Teil davon erobert hatten. Und zumindest die Bundesregierung hätte hier eine Grenze ziehen müssen, schon aufgrund unserer Geschichte. Als Heiders FPÖ in die österreichische Regierung ging, gab es sogar Kontaktsperren und so. Und bei den Faschisten in der Ukraine machen wir nichts. Svoboda hat engste Kontakte zur NPD und zu anderen Naziparteien in Europa. Und der Vorsitzende dieser Partei, Oleg Tjagnibok, hat folgendes wörtlich erklärt. Ich zitiere jetzt. Das müssen Sie sich anhören. Was er wörtlich gesagt hat, Anführungsstriche. Schnappt euch die Gewehre. Bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Ich wiederhole. Dieser Mann hat gesagt, Anführungsstriche, schnappt euch die Gewehre. Bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Ende des Zitats. Es gibt jetzt Übergriffe auf Jüdinnen und Juden und auf Linke. Und gegen all das sagen Sie nichts. Mit diesen Svoboda-Leuten reden Sie. Ich finde das einen Skandal. Ich muss Ihnen das ganz klar sagen. Wissen Sie immer, welche zum Teil seltsame Leute auf Ihrer Seite kämpfen? Da gibt es offensichtlich rechtsradikale Verbände mit SS-Runen in Ihrem Namen. Hier sehen wir die Asov, wo sogar ein Hakenkreuz noch mit dabei ist. Wissen Sie immer, wer bei Ihnen mit dabei ist und in Ihrem Namen kämpft? Und haben Sie da die Kontrolle drüber? Wir und viele Medien sind Hinweisen nachgegangen, ob das stimmt. Und haben festgestellt, es gibt diese Faschisten nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Am wichtigsten aber, wir jubeln Ihnen keine Meinung unter. Weder offen noch zwischen den Zeilen. Wir wollen informieren, nicht missionieren. Wir sind Journalisten und keine Lügner. Wir wollen auch bei Ihnen contributionsonlyen. �